Hallo und Willkommen zu einer Folge Final Fantasy Ja, auf den Emulator quasi Ach, hier ist wieder Materials Gave Und wo gibt es nur ein Zwischgurwesen Wesen 4 Stierköpfe Hm Das stimmt, hier war ich jetzt schon So, das auch immer Er sagt immer noch dasselbe hier Gut, offenbar müssen wir doch nicht hier hin Ups Ja, so Jetzt gehen wir mal hier weiter Weiß ja nicht, ob ihr jetzt eine richtig offene Weltkarte habt Aber das ist ja schon Klar Geh ich nach Eiersschlag Was bringt es? Nichts So Vielleicht machen wir heute auch noch was anderes Oder auch nicht Wir gucken Weitere Gegner Ach ja stimmt, du hast ja keine Magie Nicht flüchten Okay Mehrere nicht anwendbar Oh Gott Das stimmt ja, geht ja nur vorhin Hier sind ja die Gesetze etwas anders So Angriff So Wie bist du? Eine kleine Auf Okay 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 Das ist ja weh So So Ähm Weitere Level kannst du auch nicht benutzen Okay Okay So So Und Dieser kleine Katze So Natürlich, dass die Goblingers noch leben Okay Okay Und weiter geht's hier Okay Gehen wir mal diesen Weg Mal gucken, wohin er führt Okay Gigaswürmer So Angriff Okay 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 Ah, da geht's noch weiter Okay Okay Oh Das war eine Sackgasse Okay Ja Ja Okay 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 So Okay Stärker werden So Einmal healen So Und die Reise geht weiter Ah, hier ist eine Stadt Oh Oh Fünf Wölfe Oh Fünf Wölfe Angriff Ah, okay Kleiner Katze So So Das einmal hier weg Von der oberen Leiste Boah, auch nicht So Ah Bitte helfe uns Sehr komisch So So Einkaufen Eisen Lederschild Lederhandschuhe Lederhandschuhe Okay Okay Weiter geht's Okay Verkauft ihr auch noch mehr Eta Okay Was verkauft ihr denn noch? Hm Interessantes Geschäft Rüstungshändler Hm Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ach Eine Kirsche Ach Noch ein Laden Okay Nullschuhe 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 Status Ah Status Magie Gehen wir mal hier rüber Mh 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 Eis Okay Brace Und Eis Und sogar Status Magie Sehr schön Okay Wasser kauft uns der Waffenhändler Ah bessere Waffen Lass mal die einkaufen Die Betterlikes kann man noch nicht kaufen So wie das Brotswort Weil wir noch nicht genug Geld dafür haben Aber das werden wir uns mal erfahren Hier ist ja eine Stadt Und hier könnte man dann ja auch erstmal sichern Ausrüsten Leder Schild Und Eisen Armor Leder Gloves Verringert die Evasion Glows Leder Gloves Verringert die Evasion Verringert die Evasion Um 1 Nice Schwächt ihr Zweck Sifen Okay Okay Aber hier geht's definitiv noch weiter Oh Klar Wir brauchen dringend Geld So Obten 50 Okay Kleiner Katze Wieder mal angreifen Und Erledigt Ah Okay Vestarium So Präuschen 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 Echo Cord Antigift Also einige Sachen sind schon mal im Pistarium aber noch nicht wirklich viel Okay Okay Wenigstens gut dass wir jetzt schon mal eine nächste Stadt haben Ein Eieieiei Eieiei Eieiei Öseartiger Hinterhalt Eieiei 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 Ah, die leben noch. Komm, so, eins ist schon mal weg. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Moment, das wird schon besser. Klar, gerade nur wenig. Ich höre da schon ein bisschen mehr auf. Einmal richtig schön angreifen. XP und gelb. Heilen. So. Ah, kann Level 3 Magie benutzen. Schauen wir mal diese Dateien. Also, ich würde mal sagen, falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist bestimmt egal. Bis dahin. Alles Gute. Haut rein. Ciao.